Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Grand Theft Auto Custom Races mit der Chico, Gudran, Maxi McFly, Nils, Sachsen, Let's Play, Freezy One und... Hallo. Ich hab dich nett begrüßt in meiner Aufnahme. Aber da sehen wir ja der Typ, wer hier Stress macht. Das Beste zum Schluss, hab ich mir gedacht. Da brennt der Baum. Geradeaus durch. Durch den Ring. Ja, durch den brennenden Ring hier. Na, Randy, mach doch nicht sowas. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was macht ihr denn da? Kunran wollte mich ran. Nein, ich wollte an dir vorbei und du drehst mich einfach. Ich bin voll auf mich drauf. Was? Los. Ja, ist alles an. Okay. Uh. Uh. Freezy. Ja, genau. Uh, davon ist Geschubser. Oh, aus dem Weg, danke. Oh, schuldig rein. Das war ein Korn. Oh, Mann, ey. Oh. Hör auf damit. Alta Frey. Toll, Sachse. Schön gemacht, Randy. Schön gemacht. Wie viel Runden? Acht. Oh du. Ritten Grand Prix. Immer der letzte explodiert. Aha. Das wär auch mal geil. Gibt's die ja in manchen Autorennen den Spielmodus. Gibt's die hier ja auch. Knockout. Knockout. Hot Seed. Das Hot Seed nicht einfach nur in einem Rechner zusammenzummen. Das war bei Track Mania. Ja. Ja, das kommt, das funktioniert auch. Alter, warum wird man hier so langsam und was macht der eine da? Alter, Alter. Das ist ja lustig. Das ist ja nicht ernsthaft, oder? Das ist ja lustig. Oh. Pulze Punkte. Lol. Eeeh. 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 Das wär mit 16 Leuten witzig. Ja. Oh Gott. Oh nein, falsche Richtung. Ich glaube, ich muss umdrehen. Rücksetzen mit einer Wrong-Turne-Stick. Ja. Spiel nur installieren. Boah, meine Kiste klappert hier hoch. What? Was? Was? Junge. Ich dachte erst so, watch watch watch? In the butt? Na mask! Ja. Janus. Komm的话 mit mir vorbei. Fuck off. Warum Nils? Ja, damit er uns nicht raushaut. Ja. Ja, 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 ja. Richtig so. Das ist hier schon wieder. Das ist angekommen. Tsua. Junge. Kontrap. Und den machen wir fertig. Den machen wir fertig und dann drehst du mich. Du hast gesehen, dass er kurz Gas gegeben hat. Ich wollte ihn. Wir haben nicht genug Boost, glaube ich. Ne, ist nicht so weit für dich. Schubst ihn nochmal, der dreht sich. Ich muss den Checkpoint holen. Ja. Ist das jetzt Runde 2? Nein. Also für uns noch nicht. Oh, okay. Links wollen sie fahren. Bin ich dabei. Objektiv besser. Oh ja, viel schneller. Ne, immer rechts. Links ist immer besser. Ansichtssache. Oh nein, ich höre schon die Karotten von hinten an. Wir sind alle da. Wer hat sich da gedreht? Oh nein. Oh nein, das geht so wie da steht. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Alter. Jetzt rat doch mal auf. Ihr Mongo-Kinder. Das Mongo-Kinder steht im Weg rum. Wer rammt denn? Ich habe ihn getroffen. Ich höre zu viele Motoren. Ich war erster an. Der kommt einfach so ein Kundra an. Ja, das tut mir leid. Ich hab mir ja auch nicht gut bekommen. Manus, du bist ein bisschen weit oben. Ja, nö. Freezy gleich rammt, wenn er noch nicht entgegenkommt. Hoch. Hui, das ist knapp. back zwei Tretter. Oh shit. Komm jetzt. Wir müssen da hinterher. Back Manus. Jaa. Und warum machst du das denn? Was, was mache ich? Wurdell. Ich kann nicht lenken, wenn das Auto so rumrutscht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Boah. Jetzt sind wir wieder weiter hinten. Ab jetzt kommt nehmlich erstmal wieder nichts. Zurücksetzen, falsche Richtung. Au, der Sachse kommt. Hör auf. Was scheiße langsam an hier wird, ey. Was, ich bin... Ja, welcher bin ich denn jetzt? Die Anzeige in der Röhre ist... Da kannst du nichts dran geben. Ja, aber welcher ich bin, da... Ja, das ist scheiße. Du, Bob. Wie viele Runden waren's? Können die ersten zwei sich bitte mal wegraben? Ja, hat er grad versucht. Junge, es nennt dich Windschatten. Ich weiß, das kennst du nicht bei deinem breiten Arsch, aber... Tico, geradeaus fahren. Ah ja. Soll helfen. Oh shit. Nicht? Oh, ey, ich hab für einen Boost gegeben. Da liegt einer auf der Straße. Oh, Konrad. Oh shit. Nein, der Boost. Äh, der Checkpoint. Warum... Ich flieg aus der Map raus, glaub ich. Oh, Konrad, ah! Ja, ich musste den Checkpoint mitnehmen. Da sind auf einmal ganz viele. Ein ganzer Klumpen Leute. Ein ganzer Klump. Die Bronx ist also noch drin. Oh, du bist der Behivi, du hast mich gerammt, du Arsch. Du bist Weltrein gefahren. Bin ich überhaupt gar nicht? Ich hab dich nicht berührt, du Arsch. Ich denk, ich hab dich gerammt. Du hast mich gerammt. Ich hab... Check the taste. Check the taste. Die haben schon lacht, ne? Oh, was denn? Oh, Konrad. Ja, du, Verstling, ist recht. Der Manus rammt hier immer alle. Ja. Gerammt hab ich ihn tatsächlich jetzt, aber... Du hast das ja gesehen, das warst du nicht. Okay, du Bitch. Da sind ja auch die ersten beiden. Wir sind wieder da. Yes! Wo kommt ihr denn so schweig im Geräusch? Das Rennen ist wieder... Ja, guck mal, ich hänge wieder weg. Kussler hat mich auch wieder weg. Ja, guck mal, wir hatten ihn ja gesehen. Wollte ich ja gar nicht. Du kamst im... Oh, shit. Steven. Oh, schön von allen, ey. Ja, komm, jetzt müssen wir hier gut durch. Oh, ich... Du hast in die Röhre. Da sitzen alle. Wer fährt da so... Oh, der Sachse. Schön Freezy weggehauen, Konrad. Ja, alles voll weg. Konrad wieder, ey. Konrad hauen wieder. Hey, Sachse! Nein! Oh, 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 da kommt noch mal ein Kick. Nein! Oh, ich bin klar. Freezy! Da hab ich... Oh, nein! Shit, sagst du die an den Crash? Nein! Komm, Freezy, wir bringen das zu Ende. Dann los. Oh, Konrad. Konrad wollen wieder rammen, ich hab's wieder gesehen. Hab keine gute Gefahr. Freezy, ich komm außen. Hey, jetzt komm, Kuno, die schummeln da rum. Ja, ich mach doch gar nicht, ey, da rum. Freezy ist hier vorne, die kleinen Pitches. Die schmuckeln da vorne. Ey, ohne Mist, da hast du am Arsch rumgepubelt, ey, da vorne. Jetzt ist aber Stress. Ja, aber Freezy gefällt sowas, glaub mir. Da geht aber... Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nicht runter. Schönen Kundenrammert schon wieder. Alter Freezy! Das war Kunrad. Ja, das war Kunrad nicht gesehen, ey. Ihr habt doch... Weil ihr euch gerammt habt. Nein, der Bub ist hinter mir. Der Plura gefällt mir nicht. Wow! Ich hab's gesehen! Alter, mir sagst du, das ist ne Barschrecke. Fuck das, Manni! Nein! Wer dreht sich, dass ich... Freezy mich weggehauen hat am Sichtlin. Ja, ja, ist klar. Ja, ja, nein. Ja, nein. Nein! Oh fuck! Weg da, Freezy! Nein! Ich will den hier vorne. Ich will den hier vorne. Ich will den zurücksetzen. Den hier will ich. Den flippe ich jetzt, indem ich auf seinem Kopf lande. Ey, du willst den Checkpoint doch haben. Ey! Ey, Junge, ey! Du bist ja echt normal! Ey! Ey! Ey, ohne Mist! Ey, boah! Du hättest den Checkpoint nicht gekriegt! Ey, du bist... Ey, das gibt's gar nicht. Boah! Nein! 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 Oh, Freezy, ey! Ich wollte dich doch drehen! Ich hab's gesehen! Was ist das? Oh, ne Scheiße! Boah, ne! Boah, ne! Boah, ne! Boah, ne! Boah, ne! Boah, ne! Du hättest den Checkpoint nicht gekriegt! Ich wollte dich nur da rein drehen! Ja, ja! So nett, danke! Den Checkpoint nicht gekriegt! Wär auch Quatsch! Wenn ich erst hab, ich mich dran! Oh, lol! Der Sachs hat immer die Straße blockiert mit seinem breiten Arsch! Oh, man! Was?! Ja, dachtest du bis vor mir, oder was? Ja, du bist ja da rechts dran gefahren! Ja, da war aber schon das Ziel! Lol! Ey, nicht ernsthaft! Ich hab gedacht, du bist da hängen geblieben! Ja! Ja, du bist da hängen geblieben! Das ist auch so! Oh, da kommen wir wieder ran! Aber die Punkte wären wichtig gewesen, die mir der Sachse da geklaut hat! Ist so wichtig für mich, kann ich nämlich als Punkte einlösen bei Rewe! Was? Was? Deswegen ist es heute so gut! Er kriegt erst was aus den Punkten raus, ja! Oh, nee! Hau rein! Go, go! Äh, warte mal! Keine Kaste im Wege! Eins, Windschatten ein, aufhören ist alles! Gut, da kannst du ja vier Runden machen, oder so! Okay! Dann was hatten wir denn da noch nicht? Den Voltic hatten wir noch nicht! Voll-Tick! Ach, Scheiße! Und langsam auf! Der Voll-Tick! Oh, der geht ja gar nicht, oder? Ja, der ist super! Der ist super! Ja, Mann, das hätte er fast gewonnen! Ha! Lick mich! Und dann hat Freezy ihn gedreht! Das ist aber das! Das ist super! Ja! 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 Na ja! Mäh! Merk das schon! Frag mir so'n schöner Start hier! Danke! Oh, Scheiße! Boah, der fährt! Ist das so'n Elektro-Auto? Na klar! Boah, der geile Sound! Mann! Oh nein, Cheego! Anus! Oh nein! Sachse! Was macht ihr da? Wer wollte? Ich hatte einen dicken Sound, wenn er Gas gibt, ey! Schön angenehm! Ja! Schön ruhig! Oh Gott, ey! So'n Fiepen, ey! Oh, die kennen wir doch schon! Ist das nicht das Ding, was echt für YouTube ist? Ja! Da habe ich das letzte Mal schon abgezogen! Nein! What the... Shigo! What the... Shigo? What the Shigo, ey! Oh! Oh, dieses Auto! Ist nicht der Luke! Gehtförmig! Oh, Freezy und Kondran wieder! Oh, Freezy! Oh! Zwei Mal! Oh, Fiezy ist so'n richtiger Cock-Blogger, ey! Was? Das sind die beiden, ey! Das sind ein richtiges Stop-Shield! Kondran und Freezy können sich da zusammentun! Oh! Oh! Oh, ey! Das geht gar nicht! Echt mal! Komm hier grad vor, als ob du ein Schwamm bist! Als wär' ich mit dem Motor einbauen in das Auto! In der zweiten Runde musst du an eine Steckdose! Ja! Ja! Am Start-Ziel ist so'n Auf-Lade-Ding, da musste kurz stehen jeder! Scheiße! Ich komm nicht ins Spiel! Du gehst ganz viele Auto-Zeile! Oh, ja! Das sind meine! Das war doch ein Problem, ey! Nee, das war glaub' ich Dalo, sie war schon da vorbei! Wie weißt du bist du? Das wurde im Tunnel... Da musst du zurücksetzen, Marius! Überrundet? Bitte? Wie kann das denn sein? Wie neu installieren? Hat noch keiner wen überrundet! Bei mir stand grad Dalo, du wurdest von Dalo grad überrundet, das kann ich gar nicht! Ja, weil im Tunnel die Checkpoints unterschiedlich auseinander sind, da war ich überrunde nicht gleich! Trotzdem musst du nicht so fett im Runde vor einem bisschen stehen, ey! Das find ich unhöflich! Ich bin jetzt gleich in Runde 3! Ich laber nicht! Da ist es gelogen! Da ist es gelogen! Dann? Oh, Kacke! Okay, jetzt hab' ich Zeit verloren! Oh nein, ne ganze Menge Zeit! Da guckt einer! Hallo, hallo! Du fällst, ey! Perfekt! Fahren! Ja, ja! Alles wert! Zwei Kurven gibt's wieder! Drei überschlagen machen nichts! Ja, das ist ja mal ne angenehme Strecke heute! Jetzt ist es vorbei! Schade, aber naja! Es wär geil, wenn's so einen Winkel gibt, wo du nicht lenken musst! Das ist so wie bei dieser einen Trackmania Strecke, die so unschaffbar aussah! Ja! Wo du einfach gar nichts machst! Ja! Wo du einfach gar nichts machst! Ja! Ja, aber ich hol' dir jetzt auch grad wieder auf! Und du hast noch keinen gemacht, wie's aussieht! Nein! Das ist auch so! Aber jetzt! Ich mach denselben! Ja! Aber ich hab's! Scheiße! Ich hab' genau dasselbe gemacht wie du leider! Also, auch so in Anführungsstrichen schlecht gefangen! Nein! Der kommt hier nicht hoch! Und du hast vergesst dich zum Mute! Der! Oh Mann! Da geht nicht mehr auf! Das geht nicht mehr hoch! Ja! Ja! Wo war hier nochmal das Ding, wo man den Wind tratzen kann? Keine Ahnung! Nils! Das ist echt ein mega leiser Motor! Nils! 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 está! Nils! Die können auch so beide für die Manaus sein! Da könnt ihr euch anpassen! Ich kann an den Zweierer Reihe schön über den Dorfplatz laufen! Ich kann ihn ja nicht verrammen! Ich komme ja nicht hinterher gerade... Also wir halten den perfekten Abstand seit anderthalb rund! Das hab' ich ihm beigebracht! Wer ist ihn dritter? Eine Pin ist länger Abstand, oder wie? Wer ist ein dritter? Jetzt hab' ich... Jetzt hab' ich mairer gemacht! Jetzt! Nils, Weil du bist dritter! Nee, ich bin dritter. Du bist dritter, Maxi? Ich bin dritter. Ich mach immer mehr Meter! Einen Meter noch, dann krieg ich den Windschappen. Lass dich nicht damit machen. Ja, da ist er! Nils, lass dich nicht damit machen. Oh nein! Nein, ich hab weder gemacht. Dalu hat sich gefangen, ich nicht. Ja! Eine Kurve vom Ziel, Nils. Ah, schade. Das stimmt doch hier nicht. Das stimmt nicht, wie meinst du? Hier kommen keine Checkpointe. Hier kommen keine. Wow, lol. Ernsthaft, Füßi? Ohne Witz, ich bin am Start. Ja, hallo Füßi! Wie hast du das denn geschafft? Nein, dener mich versucht hat wegzurannen. Da hab ich ihn halt hochgedrückt. Ich hab auch gedacht, da hast du mal nix. Deswegen war ich da auf einmal irgendwie Platz weiter vorne. Und ich denk mir, ich hab doch gerade den Sachsen oder warum bin ich immer noch siebter. Scheiße, ey. Ja, sowas nix. Huiiii, Shigo schaffts auch noch! Niiihaaa! Moment, Runde... Was? Hast du noch eine Runde? Shigo hat auch nen Checkpoint vergessen. Indem du auch denselben Checkpoint vergisst. Was ist das? Oh, wow. Aber Shigo ist komplett durchgefahren. Wie viele Minuten hat wer im OBS? Äh, 17. Äh, 17. Hast du dieses Spiel? Hey! Der Loco! Was darfst du denn abmoderieren? Jo, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaub ich auch schon mal an. Vorbeißer Büro und tschüss. Macht's gut! Tschüss! Schreie!